Herzlich Willkommen zu einem weiteren Gedankenblitz, einem weiteren Eintrag in ein digitales Tagebuch mit einem etwas anderen Gedankenansatz auf meinem YouTube-Kanal der Herophant. Ja, ich habe jetzt einige Wochen Pause gemacht, wir waren ein bisschen unterwegs, aber jetzt bin ich wieder zurück im Alltag und jetzt überschlagen sich ja auch die Nachrichten auf allen Kanälen und jetzt scheint es wirklich langsam Schwung und Fahrt anzunehmen, was eben so geplant ist, sei es jetzt vom Himmel oder von der Dunkelheit und vielleicht überschneiden sich ja beide Planungen und vielleicht ergibt ja das eine das andere. Wie auch immer, wir werden sehen. Mein heutiges Thema auf jeden Fall lautet, Jephthah oder alles hat einen Preis. Dieser Jephthah, das war ein Richter im alten Israel. Wir finden also seinen Bericht auch in dem Bibelbuch Richter und wir fangen einfach einmal an mit dem, was dieses Bibelbuch Richter über diesen Jephthah, über diesen Richter mitteilt. Richter Kapitel 11, ab dem Vers 30 geht es dann los. Und Jephthah gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach, gibst du mir die Ammoniter in meine Hand, so soll, was mir aus meiner Haustür entgegen geht, wenn ich von den Ammonitern heil zurückkomme, dem Herrn gehören und ich will es als Brandopfer darbringen. So zog Jephthah gegen die Ammoniter in den Kampf und der Herr gab sie in seine Hand und er schlug sie mit gewaltigen Schlägen von Aruer an bis hin nach Minit, 20 Städte und bis nach Abel-Keramim. So wurden die Ammoniter gedemütigt vor den Israeliten. Als nun Jephthah nach Mizpah zu seinem Hause kam, siehe, da geht seine Tochter heraus, ihm entgegen mit Pauken im Reigen. Sie war sein einziges Kind und er hatte sonst keinen Sohn und keine Tochter. Und als er sie sah, zerriss er seine Kleider und sprach, ach meine Tochter, wie beugst du mich und betrübst mich, denn ich habe meinen Mund aufgetan vor dem Herrn und kann es nicht widerrufen. So, darüber haben wir ja schon gesprochen in einem Video. Der Gott der fünf Vokale liebt brennendes Fleisch. Und am allerliebsten hat er natürlich brennendes Menschenfleisch. Diesen Wohlgeruch, der kommt ihm am besten in die Nase. Den findet er am köstlichsten und am eben duftendsten. Und um seine Gunst zu erlangen, das hat der Jephthah wohl verstanden, denn er wollte als militärischer Führer der Israeliten einen Sieg gegen die Ammoniter erringen, also um das Wohlgefallen dieses Gottes der fünf Vokale zu erlangen, musste ihm ein Opfer gebracht werden. Und so hat er versprochen, ja, wenn ich siege, dann werde ich das Erste, was ich aus meinem Haus herauskommen sehe, wenn ich zurückkehre, dem Herrn, dem Gott der fünf Vokale als Brandopfer darbieten. Und dann kam eben seine Tochter. Und wie wir aus der Geschichte wissen, hat seine Tochter loyal zu ihrem Vater gestanden und hat sich einverstanden erklärt, diesen Schwur ihres Vaters auch auszuführen. Jetzt gibt es Bibelapologeten, Bibelerklärer, die jetzt lang und weit und breit erklären und versuchen, irgendwie schlüssig zu belegen, dass die Tochter nicht geopfert wurde, sondern, um es jetzt einfach mal christlich und kurz auszudrücken, sie ging in ein Kloster. Weil es gibt ja noch einen anderen Vers dann in diesem weiteren Bericht, der sagt, dass die israelitischen Jungfrauen Jahr für Jahr zu einem bestimmten Tempel gingen, um dort der Tochter Jeftas Ehre zu erweisen. Was aber trotzdem hätte sein können, wäre sie denn verbrannt worden als Brandopfer. Ich meine, in Indien ist das nach wie vor, glaube ich, auch wenn es offiziell verboten ist, aber in gewissen Teilen des Landes ist das nach wie vor üblich. Die Witwenverbrennung, der Mann stirbt, die Witwe wird verbrannt. Und ja, wenn es hier auch in dem Bibeltext direkt drin steht, ich will das Erste, was aus meinem Haus mir entgegen geht, als Brandopfer opfern, dann kann das durchaus auch so gemeint gewesen sein. Und im Andenken an dieses Brandopfer der Tochter Jeftas kamen dann eben die Jungfrauen zu diesem bestimmten Heiligtum und haben ihr Ehre erwiesen und Respekt. Also das war sozusagen jetzt die grundlegende Überlegung. Wenn man etwas möchte von dem Herrn der fünf Vokale, dann muss man ihm etwas geben. Und das, was er am liebsten hat, er und seine Nachfolger, die ja alle von der Kraft der göttlichen Quelle abgeschnitten sind, und was er am liebsten hat, ist Lebenskraft. Diese, wie soll man sagen, Photonen, die die Seele beleben, das Bewusstsein erhalten und natürlich selbstverständlich auch unseren Körper antreiben. Ja, und diese Lebenskraft, das ist vergleichbar so ein wenig mit Geld in unserer Ebene. Also wenn ich eine Flasche Bier kaufen möchte, dann brauche ich natürlich relativ wenig von dieser Energie. Völlig klar. Wenn ich etwas Größeres kaufen möchte, muss ich natürlich mehr Energie in Form von Geld einsetzen. Und das lässt sich ja beliebig steigern, beliebig skalieren. Ihr wisst es ja auch, dem Geld ausgeben sind quasi keine Grenzen gesetzt. Das geht ganz schnell und ganz einfach. Und vielleicht ist es so ähnlich in der schwarzen, in der dunklen Welt, bei den Anbetern desjenigen, der eben nach den fünf Vokalen genannt wird. Wenn ich einen kleinen Gefallen von ihm oder von eben Unterdämonen wünsche, wie gesagt, wir haben darüber gesprochen und wir haben auch schon geklärt, dass es in der Asgözia einfach Dämonen gibt, die für bestimmte Dienste gebraucht werden können und dafür müssen sie halt bezahlt werden. Also je größer der Dienst ist, den ich haben möchte, umso größer muss logischerweise auch der Lohn für den ausführenden Dämon, für den ausführenden, in der vierten, fünften Ebene lebenden Astraldämon oder das Astralwesen sein. Menschen machen es natürlich im Kleinen. Ich habe das mal in Honduras erlebt. Die Garifuna, das sind Nachkommen afrikanischer Sklaven, die dort in Honduras leben, in bestimmten Bereichen an der Küste. Einmal im Jahr fahren sie mit Essen beladenen Schiffen aufs Meer hinaus, werfen dieses Essen ins Meer und huldigen und ehren damit die Meeresgötter. Also vom Prinzip her ähnlich. Und auch uns wird gesagt, auch unsere Ahnen hatten das wohl so gehalten und es gibt auch eine ganze Reihe Sagen, die das auch so darstellen, dass man einfach immer kleine Gaben auch für Wesen, die uns hilfreich zur Seite stehen, bereithalten sollte. Und wahrscheinlich ist dem auch so. Man soll sich eben auch dankbar erzeigen bei diesen Wesen für das Gute, was sie einem tun. So, jetzt kämpft natürlich die dunkle Elite mit dem Rücken zur Wand. Also ich würde das jetzt so vermuten und wir kennen ja auch die Ereignisse, die jetzt in Israel stattgefunden haben, aber ich möchte sie gerne in ein anderes Licht stellen und zwar dieses Licht, das ich jetzt gerade eben angedeutet habe. Was wir wissen und was eigentlich unbestritten ist, ist, dass mindestens mal die Ereignisse zugelassen wurden, indem halt ein sonst streng bewachter Grenzzaun zwischen Gaza und Israel unbewacht gelassen wurde. Die Soldaten, die ansonsten an diesem Grenzzaun patrouillierten, wurden abgezogen ins Westjordanland, sodass quasi also auch keine Militärkräfte vor Ort waren, um das Eindringen der Hamas-Kämpfer aufzuhalten. Also ob die Hamas, was ja viele denken, eine Gründung der Zionisten ist, des israelischen Geheimdienstes, bleibt jetzt einfach mal dahingestellt. Ob die Hamas auf Anweisung des israelischen Geheimdienstes beziehungsweise der Zionisten gehandelt hat, bleibt also auch dahingestellt. Aber Fakt ist nun mal, dass keiner sie aufgehalten hat und sie so in Israel eindringen konnten und unter der Zivilbevölkerung ein Massaker anrichten konnten. Das ist soweit, glaube ich, unstrittig. Wir wurden natürlich auch wieder mit inszeniert, wurde mit Sicherheit, wurden da wieder entsprechende Filmchen auch gedreht, um das medial zu verstärken. Aber es gab wohl auch dieses Musikfestival von jungen Leuten und den Hamas-Kämpfern ist es wohl gelungen, da auf das Gelände zu kommen, viele dieser jungen Menschen zu töten und auch viele zu entführen. Wobei, und das ist schlimm, aber ich vermute, dass dem so ist, die Entführten dann nach und nach auch zu töten. So, warum das alles? Stichwort Zeitenwende, Stichwort Energieveränderung, Stichwort weltweit etwas herbeiführen. Also 9-11, der Einsturz der Twin Towers, war auch für mich so ein Mega-Ritual. Das Leben von ungefähr 3000 Menschen war der Gegenwert, der an die dunkle Welt bezahlt wurde, für all die Veränderungen, die wir nach dem 9. September 2001 weltweit sahen. Die 90er Jahre, wer schon ein bisschen älter ist, sich daran erinnern kann, das war das Spaßjahrzehnt. Alle Probleme sind beseitigt. Ein amerikanischer Autor schrieb sogar das Ende der Geschichte. Das war einfach eine etwas oberflächliche, unbeschwerte Zeit. Da war eigentlich bis auf, sage ich jetzt mal, den kleinen Schatten, den Aids warf, alles in Ordnung, alles gut, alles schön. Und dann kam eben diese dramatische Veränderung. Die uns dann in den Krieg, in den Terror führte, in die Massenzuwanderung führte, in das immer größer und immer stärker werdende, Ansteigen des staatlichen Drucks auf uns Menschen, das Einschränken der Freiheit auf vielerlei Weise. Und ich würde auch zum Beispiel jetzt die Corona-Burneske in diese Kategorie einreihen. Wenn wir zurückblicken, alle 100 Jahre, auch da gibt es ein Video auf meinem Kanal dazu, aber nur einfach mal in der Vollständigkeit halber wieder erwähnt. In Verbindung mit diesen großen Veränderungen, die eingeleitet wurden, die einen gewaltigen Umbau der menschlichen Gesellschaft mit sich brachten, war eben auch immer eine Seuche am Start. 18. Jahrhundert, frühes 18. Jahrhundert, spanische Erbfolgekriege, der Aufstieg von Preußen und von Habsburg-Österreich begann zu uneingeschränkten Großmächten auf dem europäischen Parkett und es gab eine Pest in dieser Zeit. 100 Jahre später, Napoleon hatte gerade alles, was an alten Strukturen da war, zerkloppt und der Wiener Kongress hatte gerade neue Strukturen besprochen. Da kam die Cholera, auch wieder unterstützend, auch wieder zahllose Menschenleben fordernd, eben auch möglicherweise als Bezahlung für die Kräfte, die diesen Wandel in der Dunkelheit im unsichtbaren Bereich begleiten sollten. 1919, wir wissen es, Spanische Grippe, der Erste Weltkrieg war zu Ende, eine Weltordnung zerbrach, der Aufstieg des Kommunismus begann, die Monarchien in Europa waren zerbrochen, alles wurde neu aufgeteilt und der Anfang vom Ende wurde bereitet. So und jetzt haben wir 2020, der Weltkrieg als solcher, ist bis jetzt ausgefallen. Obwohl ich felsenfest davon überzeugt bin, dass die dunklen Eliten so etwas Ähnliches wollen, aber möglicherweise ist es ihnen nicht gelungen und wird ihnen auch nicht gelingen. Und so wie der Ukraine-Konflikt in keiner Weise so ausgehen wird, wie die zionistisch-okkulten Eliten es wünschen, so wird es wahrscheinlich auch mit Israel werden, wie wohl eben die üblichen Verdächtigen, eben die, die den Nationalsozialismus erfunden haben, die den Bolschewismus erfunden haben. Ja und jetzt kommt also eben auch der Islam mit ins Bild und der Islam ist wie der Bolschewismus, wie der Nationalsozialismus, wie das Großkapital, wie die Börsen, wie die Pharmaindustrie, All das, das sind Erfindungen der langhaarigen Schläfenglasen. Wer wisst, wen ich meine? Und jetzt scheint es da auch in dieser Richtung etwas an wichtigen Veränderungen zu geben. Ja und wenn man so eine weltweite Veränderung herbeiführen möchte, dann muss man natürlich entsprechend bezahlen. Und wie gesagt, solche okkulten Opfer, die Kriege, weltweit herbeigeführte Seuchen, das gehört schon so in dieses Bild. Noch ganz kurz ein weiterer, kurzer Gedanke, bevor wir dann fortfahren mit der, wie soll ich sagen, Präsentation meiner Sicht auf diese Dinge. Es geht um Keanu Reeves, einen international bekannten Schauspieler, wobei Schauspieler ist wahrscheinlich übertrieben, weil in seinen Filmen, der hat ja sehr viele erfolgreiche Filme gemacht, da passen die Worte, die er zu sprechen hat, in der Regel auf ein DIN A4 Blatt. Also Schauspielern kann man jetzt nicht sagen, er ist eigentlich mehr Kung-Fu-Darsteller und hat einfach nur einige wenige Worte zu sagen, der Rest ist immer schweigen und kämpfen. Aber trotzdem sind diese Filme sehr gut gemacht und ich möchte nochmal in Verbindung mit ihm und das trifft nicht nur auf ihn zu, sondern auf eine ganze Reihe Weltstars, zum Beispiel auch auf Keith Richard von den Stones und Anita Pallenberg und noch viele zahlreiche weitere zu. Aber ich zeige es euch erstmal, was ich sagen möchte. So, bei Wikipedia heißt es unter dem Stichwort Keanu Reeves über sein Privatleben, eine gemeinsame Tochter mit Jennifer Syme wurde im Dezember 1999 einen Monat vor dem errechneten Entbindungstermin Tod geboren. Zwei Monate später trennte sich das Paar, hielt aber weiter engen Kontakt. Im April 2001 starb Syme bei einem Autounfall. Reeves pflegte eine enge Freundschaft mit River Phoenix, der Ende Oktober 1993 an einer Überdosis Drogen starb. Dessen Tod war für ihn ein Schock. Er brauchte viele Jahre, um diesen zu verkraften. Reeves ist bekannt für sein großzügiges, philanthropisches Engagement, seine Bescheidenheit und Bodenständigkeit. Und wenn es heißt philanthropisch, dann macht es bei mir immer Klingelingeling im Oberstübchen. Wenn es auch sonst nicht so viel macht da im Oberstübchen, aber bei solchen Geschichten macht es immer Klingelingeling. Ich verweise gerne auf die Fußböden in jeder Freimaurologe schwarz-weiß wie ein Schachbrett. Gute Tat, schlechte Tat, gute Tat, schlechte Tat. Also eine gute Tat kann die schlechte Tat aufwiegen und ausgleichen. Und immer wenn ich lese philanthropisch, dann denke ich mir, upala, da im Dunkeln müssen aber wirklich ein paar Sachen vorliegen, weshalb es für ihn notwendig ist, philanthropisch zu sein. So, also, seine Freundin, mit der hatte er ein gemeinsames Kind. Das Kind ist also angeblich einen Monat vor der Geburt oder vor dem errechneten Entbindungstermin, dem sogenannten ET, tot abgegangen, eine Totgeburt. Ja, kann sein. So steht es auf jeden Fall in den Medien, aber in den Medien steht auch sehr viel. Interessanter ist dann eher der Fakt, dass man sich sofort danach mehr oder weniger getrennt hat und dass dann die Mutter des Kindes einen Verkehrsunfall hatte. Also, ich rieche da schon ein bisschen was. Die Amis sagen, I smell the red. Ich rieche da schon etwas Unangenehmes in der Nase. Und vielleicht wollte diese Ex-Freundin das aussprechen, das verarbeiten. Sie hat es nicht mehr ausgehalten und wollte dazu etwas sagen und hatte dabei einen Unfall. Wenn du große Berühmtheit haben möchtest, dann kannst du ja deine Seele dem Teufel verkaufen. Das haben ja eine ganze Reihe Leute getan, unter anderem Bob Dylan hat es direkt einmal in einem Interview zugegeben. Es kann aber auch sein, und das ist in der okkulten Welt sehr verbreitet, dass du deinen Erstgeborenen oder deine Erstgeborene opfern musst. Wir erinnern uns an die Geschichte mit den Israeliten in Ägypten. Als der Todesengel des Herrn für die 10. Plage durch Ägypten zog, da schlug er alles Erstgeborene. Also alle erstgeborenen Kinder wurden getötet in dieser Nacht. Nur bei denjenigen, die Blut eines Lammes an ihre Türe auftrugen, schmierten, da ging der Engel vorüber und dort wurde der Erstgeborene verschont. Also der Gott der 5 Vokale hat besonders gerne den Tod der Erstgeborenen. Und ja, um ein gewisses Maß an Popularität oder Weltruhm zu erreichen, kannst du, wie gesagt, deine Seele dem Teufel verkaufen oder du kannst auch diesen Weg gehen. Oder manche, wie gesagt, gehen beide Wege. Sie werden also Satanisten, unterwerfen sich dem Teufel, geben sich ihm vollständig hin oder opfern dann ihr Erstgeborenes. Ob ich Keanu Reeves Unrecht tue oder nicht, das könnt ihr ja für euch in eurem Empfinden abwägen. Für mich ist es natürlich, ich kann es nicht schlüssig beweisen, aber wer kann das schon, ja? Wenn eben auch eine Meldung ist, wie Keith Richard und Anita Pallenberg hatten ein Kind, das kurz nach der Geburt starb, so, dann ist das die Meldung. Den Rest muss man sich denken. Fertig. Ja, also ich kann das nicht schlüssig nachweisen, ich war letztlich nicht dabei. Aber was mir dann wiederum auffällt, ist sein enger Freund River Phoenix, der auch gestorben ist, Oktober 1993, an einer Überdosis Drogen. Und da muss ich wieder dran denken, um zum Beispiel in der Drogengang MS-13 in San Salvador Aufnahme zu finden, muss ein junger Adept, also jemand, der dazu bereit ist und der ein Mitglied werden möchte, seinen besten Freund töten. Das ist dann also quasi der Beweis für die Loyalität desjenigen, der da eintreten möchte. Und vielleicht handelt es sich hier auch um so eine Art Loyalitätsbeweis. Ich denke auch an Romy Schneider oder an Eric Clapton, die möglicherweise mal in ihrer Loyalität wankten und deshalb auf grausame Weise und zwar beide auf die gleiche Weise ihren Sohn verloren. Er fiel auf einen spitzen Zaun, wurde aufgespießt und starb dadurch. Romy Schneider hat das nach meinem Dafürhalten nicht verkraftet, war kurz danach tot. Und Eric Clapton hat das mit Sicherheit auch gebrochen. Aber so ist das dann, wenn man etwas verspricht, sich jemandem verschreibt, muss man auch zu 100% loyal bleiben. Und vielleicht hat Keanu Reeves auch in seiner Loyalität gewankt und man hat einen Beweis seiner Loyalität von ihm gefordert. Wie auch immer, wir sehen, von nichts kommt nichts und die dunklen Mächte sind nur dann zu Hilfe bereit, wenn ein entsprechendes Opfer gezahlt wird, ein entsprechender Preis bezahlt wird. Jetzt möchte man möglicherweise eine große Veränderung herbeiführen, die möglicherweise auch mit, besser gesagt, gegen den Islam zu tun hat. Ja, und jetzt jumpt man auf so ein Festivalgelände und es geht nicht lediglich nur darum, Menschen zu töten, bevorzugt junge Menschen, weil sie eben noch sehr viel Energie haben, sondern es geht darum, das auf extrem grausame Weise zu tun, weil dann diese Energiefotonen noch vermehrt hervortreten und als Nahrung quasi für die dunklen, gottentfremdenden, energetisch auf sich allein gestellten Entitäten dienen. Da kann ich auch Bataclan ins Feld führen, also diese schreckliche Tat, die sich da in dieser Pariser Musikbühne ereignete, eine Death Metal Band spielt, das war 2015, islamische Terroristen dringen ein und töten auf unvorstellbar grausame Weise viele junge Menschen, die dort anwesend waren. Das gleiche ist ja jetzt wieder passiert, islamische Terroristen dringen auf das Festivalgelände, wo junge Menschen für den Frieden feierten und viele dieser jungen Menschen sind auf unvorstellbar grausame Weise gestorben. Das ist für uns nicht nachvollziehbar, aber für die Reptos oder Roboter oder was auch immer das ist, die diese Taten ausführen, ist es wichtig und natürlich auch für die zu bezahlenden Kräfte. Je grausamer, desto mehr Lebensphotonen werden freigesetzt, desto mehr Angst, desto mehr Adrenalin, desto mehr offensichtlich für sie wichtige Nahrung wird freigesetzt. Also das für mich ist ein Zeichen, dass eben etwas Großes geplant ist. Und wenn ich jetzt die Medien verfolge, ich bin kein Prophet, aber wenn ich die Medien verfolge, dann scheint sich jetzt der Wind massiv gegen den Islam zu drehen. Es wird jetzt eine ganz neue Seite des Islam gezeigt, die eigentlich schon immer da war, die man halt nicht sehen wollte. Der Gutmensch hat sich da immer geflissentlich geweigert, hinzuschauen, so ähnlich wie man tausend Entschuldigungen findet für Jephthah, obwohl es schwarz auf weiß im Bibelbericht geschrieben steht, dass er ein Brandopfer plante und ein Brandopfer zu geben bereit war. So war eben auch deutlich zu erkennen, in welche Richtung diese von den langlockigen Nasenschläfen geplante Religion gehen würde. Sie wurde als Antagonist für die Christenheit geplant, damit einfach immer ein bisschen Beschäftigung ist und immer ein bisschen an menschlichen Opfern anfällt, was man benötigte, um eben seine Rechnungen eine Etage höher zu bezahlen. Und jetzt scheint das ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu treten. Und jetzt ist man völlig überrascht und jetzt ist man auch verängstigt und jetzt ist man auch in Sorge und vielleicht soll das der Auslöser des lang, lang geplanten Bürgerkrieges werden. Wir werden sehen, wo es hingeht. Millionen Kämpfer haben wir schon in Europa. Wer weiß, wie sich das entwickelt. Wenn aber die hellen Kräfte ihre Hand mit im Spiel haben, dann mag es auch durchaus dazu dienen, dass sich die Extremisten als das, was sie sind, entpuppen. So wie jetzt zum Beispiel eben alles, was Rang und Namen hat und alles, was in der Politik, Wirtschaft und Show von Bedeutung ist, eben uneingeschränkt an der Seite Israel steht, also an der Seite ihrer zionistischen Herren. So werden sich auf der anderen Seite eben auch die radikalen Kräfte jetzt offenbaren. Wo die Reise hingeht, lasst uns abwarten, da müssen wir uns überraschen lassen. Aber, wie gesagt, es ist eine große Zeitenwende geplant. Meine These lautet, aufgrund des grausamsten Opfers, dass man sich vorstellen kann, dass jetzt auf diesem Gelände, auf diesem Friedensfestivals Gelände passiert ist, um damit eben die Kräfte zu bezahlen, die bei diesem Umschwung mithelfen sollen, das ist für mich der Beleg, dass es in diese Richtung geht, also meine These stützt sich darauf und es bleibt abzuwarten, eben wie es geht. Willst du Weltkarriere, reicht es vielleicht, wenn du einen Erstgeborenen opferst oder deine Seele dem Teufel verkaufst, willst du aber die gesamte Welt sozusagen umbauen, bewegen, die gesamte Gesellschaft verändern und brauchst die Unterstützung aller dunklen Kräfte, auch der mächtigsten, dann musst du eben entsprechend bezahlen und ja, das ist das Licht, in das ich jetzt einfach mal die Vorgänge in Israel stellen wollte. Es wird spannend, es wird möglicherweise dramatisch, diejenigen, die aber schon geschafft haben, sich von diesem System abzukoppeln, die haben alle Möglichkeit, in der inneren Ruhe zu bleiben und nach wie vor ist das Leben wunderschön, bei uns wachsen immer noch die Zucchini, obwohl wir im Garten jetzt wochenlang nichts gemacht hatten, weil wir ja nicht da waren, es geht einfach immer weiter, das Leben ist sehr stark und hier ist die Botschaft für die Satanisten, eure Aufgabe ist es, das Leben zu bekämpfen, aber ihr werdet nicht siegen, das Leben ist stärker als eure Todesreligion. Und so, lasst uns einfach das Leben genießen, es ist wunderbar, der Sinn des Lebens ist das Leben und schauen wir, wie soll ich sagen, konzentriert, gefasst, in unserer Mitte, in die Zukunft, aber nicht in Angst. So, ich wünsche euch alles Gute, danke, dass ihr zugesehen habt und ich hoffe euch für ein weiteres Video dann auf meinem YouTube-Kanal der Hierophant begrüßen zu dürfen. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Ich hoffe euch auf jeden Fall und ich freue mich auf jeden Fall auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.